In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die Abschlussprüfung 2013 B1 gerechnet hätte. Alle Angaben findet ihr wie immer hinter diesem Link, auch alle Lösungen dazu hier nur in Videoform. Wir haben eine Logarithmusfunktion gegeben und wir sollen dazu die Definitions- und Wertemenge in der ersten Aufgabe angeben. Deswegen schaue ich da am Anfang immer zuerst in die Formelsammlung, wie meine Standardlogarithmusfunktion ausschaut. Also, Logarithmus von x zur Basis a. Das x, das ist der Bereich, wo meine Definitionsmenge anbelangt. Das heißt, hier darf ich nur Werte einsetzen, die größer sind als 0. Also, mein x hier muss größer sein als 0. Hier in meiner Definition oder in meiner Logarithmusfunktion steht nicht x, sondern x plus 5. Das heißt, hier muss der ganze Term größer sein als 0. Also, wenn x plus 5 größer 0 sein muss, dann muss x größer sein als minus 5, wenn man das auf die andere Seite hinaufbringt. Ist ja auch klar, hier darf nur was Positives stehen, deswegen minus 5 gibt gerade 0. Das darf nicht drinstehen, aber alles, was größer ist als minus 5, darf drinstehen. Deswegen ist das meine Definitionsmenge. In meiner Standardlogarithmusfunktion ist die Wertemenge irrational. Das heißt, alle Werte können rauskommen, also die Menge aller irrationalen Zahlen. Und dementsprechend ändert sich auch hier nichts, wenn schon alles rauskommen kann. Dann ist es wurscht, ob ich es mal 2 nehme und plus 3 rechne, dann kommt wieder alles raus. Also, wieder die Menge der irrationalen Zahlen. Die Frage war jetzt hier noch, was für eine Asymptote haben wir? Normalerweise ist die Asymptote bei der Logarithmusfunktion die y-Achse. Das heißt, so viel wie x ist gleich 0. So, jetzt müssen wir uns anschauen, was passiert. Diese Logarithmusfunktion wird um 5 nach links verschoben und um 3 nach oben. Das heißt, statt x gleich 0 haben wir x gleich minus 5. Das schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Normalerweise geht die Logarithmusfunktion so nach oben, aber dadurch, dass sie nach links und nach oben verschoben worden ist, wandelt sich auch diese Asymptote nach links. Der 3er hat hier keine Auswirkung, weil es hier oben nicht irgendwie asymptotisch wird, sondern es macht uns nur quasi diese ursprüngliche Asymptote bei der y-Achse was aus. Die würde hier lauten x gleich 0. Dadurch, dass es um 5 nach links verschoben worden ist, und das sagt uns das, was hier drin steht, das haben wir ja gelernt, lautet die Asymptote x gleich minus 5. So, dann haben wir Zeichnung, Definitionsmenge, Wertemenge und Asymptote. Das heißt, wir können zur Aufgabe 1, 2 gehen, wo zwei Abbildungen stattfinden. Einmal eine Achsenspiegel und danach eine Parallelverschiebung. Und dann sollen wir bei dieser zweiten Funktion landen. Nun schauen wir uns die Achsenspiegelung an der x-Achse als erstes an. Wenn wir etwas an der x-Achse spiegeln, ja, zum Beispiel diesen Punkt 1, 2, dann geht der ja nach unten auf 1, minus 2. Das heißt, der x-Wert bleibt gleich, also x' der neue Urbild, das neue Urpunkt hat einen gleichen x-Wert, aber einen anderen, nämlich negativen y-Wert, weil das genau auf die andere Seite gekippt wird. So, das heißt, wenn wir also an dieser Funktion f1 eine Achsenspiegelung an der x-Achse machen wollen, dann müssen wir einfach nur einen negativen Faktor davor setzen. Das heißt, und das ist jetzt ganz wichtig, ein Minus vor die komplette Funktionsgleichung. Also, nicht nur der vordere Teil kriegt ein Minus, sondern auch der hintere Teil. Das heißt, wir haben hier minus 2 mal der Logarithmus von x plus 5 zur Basis 2 minus 3. Jetzt habe ich das f' genannt, weil f2 darf es noch nicht heißen, da passiert ja noch was anderes, deswegen erst mal f'. So, und jetzt, was passiert mit meiner Funktionsgleichung? Nun, als nächstes soll noch eine Parallelverschiebung stattfinden, nämlich mit Minus 1 und 8. Und das haben wir ja vorhin schon ein bisschen angeschaut. Wenn eine Parallelverschiebung nach links stattfindet, muss ich hier Plus rechnen, oder? Minus, Minus 1. Das heißt, zu dem 5 kommt noch eins dazu, wenn ich noch mal eins nach links schieben will. Dann sind es nicht nach 5 links verschoben plus 5, sondern sind es eben Plus 6 nach links verschoben. Also hier 5 minus Minus 1 oder eben 5 plus 1. Die Verschiebung nach links rechts findet immer hier statt und kann man sich so merken, Minus heißt nach rechts verschoben, Plus heißt nach links verschoben. Und hier habe ich einen nach links verschoben, also muss ich Plus rechnen. So, und dann wird das Ganze noch nach oben verschoben, nämlich um 8. Das heißt, zur Minus 3, die ich gerade eben schon hatte, kommt noch ein Plus 8 dazu. Fassen wir das zusammen, kommen wir genau auf die Gleichung F2. Das heißt, hier hätten wir auch schon F2 von Y schreiben können. Das ist ein kleiner Fehler. Den könntet ihr vielleicht dann noch anders machen. Also hier wird Plus 5 und hier wird Plus 6 draus. Das Ganze noch zeichnen und schon sind wir bei der 1, 3. Da geht es jetzt um Parallelogramme. Die Punkte A, B, das sind Eckpunkte von Parallelogrammen und gleichzeitig noch der Schnittpunkt ist ein Eckpunkt. Das heißt, die habe ich jetzt hier mal eingezeichnet. Für X gleich 0 landet A1 hier und B1 hier. Für X gleich 2 landet A2 hier und B2 hier. Jetzt haben wir ein Parallelogramm mit A, S, B und dann noch C dazu. Das heißt, wir zeichnen einmal eine Parallele zu dieser Strecke A, S durch den Punkt B hier und andersrum dann noch eine Parallele zur Strecke S, B, N, S, B durch A. Das heißt, hier erhalte ich meine Parallelogramme. Hätte ich natürlich auch mit Vektoren lösen können, dann wird es aber ein bisschen ungenau. Aber so erhalte ich meine Parallelogramme zum Zeichnen. Drei Punkte waren ja schon gegeben, dann ist der vierte kein Problem. Und schon sind wir bei der Aufgabe 1, 4. Und jetzt wird es leider etwas schwieriger. In der Aufgabe 1, 4 soll man zunächst einmal den Mittelpunkt berechnen. Also zeichnen Sie rechnerisch, dass Sie die Koordinaten der diagonalen Schnittpunkte und so weiter, das für den gilt. Also Mittelpunkt einer Strecke wissen wir. Wir müssen die X-Koordinaten zusammenzählen und durch 2 teilen und die Y-Koordinaten zusammenzählen und durch 2 teilen. Das da vorne ist relativ einfach. Das ist 2X durch 2, das ergibt wieder X. Hier hinten müssen wir ein bisschen fummeln. Denn zuerst fasse ich mal zusammen. Die plus 3 und die plus 5 ergibt hinten plus 8. Und dann habe ich noch dieses mit den Logarithmen hier stehen und hier stehen. Da steht beides mal eine unterschiedliche. Hier steht X plus 5 und hier steht X plus 6. Das heißt, dadurch, dass wir dieselbe Basis haben können, was wir zusammenfassen, wir müssen vorher allerdings noch den Zweier ausklammern. Also habe ich hier den Zweier vor die beiden Logarithmen geschrieben und habe die Logarithmen hier in eckigen Klammern gesetzt, die 8 hinten draus geschickt. So, und jetzt haben wir dieselbe Basis. Das heißt, wenn dieselbe Basis herrscht und ein Minus dazwischen ist, dann darf ich hier den Logarithmen zusammenfassen und das, was hier steht, wird durch einen Bruch ersetzt. Das heißt, statt Minus steht dann X plus 5 durch X plus 6. Der Rest bleibt hier bestehen. Und jetzt muss ich noch durch 2 dividieren. Das heißt, den vorderen Block durch 2. Dann fällt der Zweier hier weg. Und die 8 muss ich auch noch durch 2 dividieren. Dann kommt gerade 4 raus. Das, was auch hier in der Angabe dran steht. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wenn es nicht so kompliziert war. Man soll jetzt die Koordinaten des diagonalen Schnittpunktes M3 für C316 berechnen. Und das ist jetzt ganz komisch, denn den Punkt C, den hatten wir noch gar nicht. Da haben wir jetzt ein kleines Problem. Ich habe die Lösung hier schon mal hingeschrieben. Denn wir können C überhaupt gar nicht irgendwo einsetzen. Wir können C, also den X-Wert von C nicht hier bei A und nicht bei B und nicht bei S, bringt uns überhaupt nichts, auch nicht bei M einsetzen. Aber wenn ich den X-Wert von C habe und den Punkt S habe, dann kann ich doch dadurch den X-Wert von meinem Mittelpunkt berechnen. Denn S, C, der Mittelpunkt davon ist ja identisch mit diesem Mittelpunkt. Wir haben jetzt nicht mehr die Diagonale AB, sondern wir schauen uns die Diagonale SC an. Und wenn ich davon den Mittelpunkt berechnen möchte, muss ich einfach die X-Koordinate von S nehmen plus die X-Koordinate von C, die haben wir laut Angabe, und das Ganze durch 2 teilen. Ich kann keine Aussage über die Y-Koordinate von meinem Punkt M3 machen, aber eben um die X-Koordinate. So, und wenn wir diese X-Koordinate von M haben, dann kann ich diese X-Koordinate eben in meine M-Formel, die wir gerade berechnet haben, einsetzen. Hier eine 6 und hierfür die X-Werte eine 6 und ich erhalte meinen Punkt M3, 6, 3,87. Das war hier ein bisschen geschert. Da war in der Angabe rauszulesen, dass es eben der Punkt C3 ist. Und dadurch, dass der überhaupt nichts mit den abhängigen Punkten bisher zu tun gehabt hat, müssen wir eben diesmal schauen, wie wir denn mit C3 wieder zu diesem Mittelpunkt kommen, den wir gerade eben berechnet haben. Und nur dann kommt man auf die Lösung. Das erfordert manchmal ein bisschen kreatives Nachdenken. Jetzt geht es weiter zur 1,5. Da heißt es, man soll die Koordinaten der Punkte Cn in Abhängigkeit von X berechnen. Auch hier haben wir wieder das Problem, das können wir natürlich nicht mit A, B, können wir da nichts machen. Was wir haben, ist aber S und M. Und der Vektor SM, der muss ja genauso groß sein wie der Vektor MC. Das ist eine Möglichkeit, das zu berechnen. Denn wenn ich von S nach M gehe, geht es ja direkt gerade weiter mit derselben Streckenlänge zu C. Das heißt, ich kann hier tatsächlich aufstellen, SMN, der Vektor, ist genauso groß wie MNCN. Meine Punkte M und S habe ich. Das heißt, wenn ich hier Spitze minus Fuß rechne, aufpassen, schaut ein bisschen kompliziert aus, dann kann ich eben die Vektoren gleichsetzen. Also SMN heißt Spitze minus Fuß. X minus minus 4 gibt X plus 4. Der Y-Wert von M minus 3, das ist dann das hier unten. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Spitze mit XC und YC. Davon ziehe ich einmal hier die X-Koordinate ab, nämlich den von MN. Und einmal die Y-Koordinate von MN aufpassen, dass der obere Wert Minus genommen wird. Also der Term und die 4 auch noch ein Minus bekommt, weil ich ja quasi den ganzen Y-Wert von MN abziehe. So, und jetzt kann ich Gleichungen aufstellen. In der oberen Zeile steht X plus 4 ist gleich XC minus X. Bringe ich das X noch auf die andere Seite, steht dran, XC ist gleich 2X plus 4. Also ich mache quasi die erste Zeile und habe mein XC berechnet. Die zweite Zeile schaut ein bisschen komischer aus. Ich bringe wieder diesen Term hier nach links rüber und ich bringe die 4 nach links rüber, jeweils mit einem Plus. Das heißt, ich habe einmal diesen Schlauch hier dran stehen und dann kommt noch der Teil von da drüben mit rüber und das ergibt mein YC. Das heißt, ich habe diese untere Zeile abgeschrieben, aber eben nicht so stehen lassen, sondern ich habe gleich diesen Term und die 4 nach links rüber gebracht und dann nach YC hingeschrieben. Jetzt machen wir das Gleiche wie vorher wieder. Wir fassen die beiden Logarithmen zusammen und 4 minus 3 plus 4 zusammen. Das ist zweimal dieser Logarithmus und am Schluss bleibt hier noch 5 stehen. Das heißt, das ist mein YC und jetzt haben wir die Koordinaten von 10 Abhängigkeit von X. Könnten wir jetzt noch in Koordinatenscheidweise bringen, ist aber hier nicht erbracht, weil wir ja die X-Koordinate hier stehen haben und die Y-Koordinate hier. Bei der 1,6 sollen wir jetzt begründen, dass es unter den Parallelogrammen keine Raute gibt. Hm, was passiert denn bei einer Raute? Nun, bei einer Raute, da ist es doch so, dass wir hier Symmetrieachsen haben. Das heißt, dadurch, dass mein Punkt S immer gleich bleibt, immer am selben Punkt bleibt, muss doch mein Punkt C irgendwo hier bei Y gleich 3 liegen und diese Eigenschaft können wir uns zunutze machen. Das heißt, mein Mittelpunkt oder mein Y von C muss auf 3 liegen. Ich habe mir jetzt für den Mittelpunkt entschlossen. Also hier, der Mittelpunkt würde dann hier liegen und der muss also quasi 3 sein. Also habe ich den Mittelpunkt von allen Parallelogrammen gleich 3 gesetzt. Das ist gerade dieser Y-Wert hier oben. Eben nicht den X-Wert, der darf eben nicht 3 sein, sondern der X-Wert ist in dem Fall 0 und der Y-Wert ist 3. Wann wird der 3? Das heißt, ich bringe die 4 rüber, habe dann minus 1 stehen, mache dann eine Umformung, nämlich so, dass es eine Potenz ergibt. 2 hoch minus 1 und das bleibt ein Bruch stehen. Aus dem 2 hoch minus 1 kann ich ein Halb machen. Das ist jetzt eine Bruchgleichung, die kann ich über Kreuz multiplizieren. Das heißt, es bleibt stehen 2 mal X plus 5, auf der anderen Seite X plus 6. Das ist 2X plus 10, das ist X plus 6. Wenn ich das nach rüben und drüben bringe, bleibt X gleich minus 4 stehen und laut Angabe müssen alle X-Werte größer sein als minus 4. Daraus folgt, dass es keine Raute gibt. Eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, deswegen ruhig noch ein paar Mal anschauen, vor- und zurückspulen. Die ist nicht so leicht zu kapieren und trotzdem eigentlich relativ schön zum Nachvollziehen.